So ausschaut, wie wenn man da übers Wasser laufen könnte auf der Fischwelle. Es waren Umhänge von Fisch drin. Das ist ja heute auch noch mal in der Lauchzeit vor allem. Was war das für ein paar dann? Praxen, oder? Praxen, ja. Kinder- und Jugendträume vom einfachen, freien Leben in und mit der Natur. Am engen Donaustrand ist mancherorts noch ein bisschen Platz dafür. Alles. Matthias Wurm und Kevin Kotsch haben eine Rotfeder geangelt. Gleich am Lagerfeuer gegrillt, schmeckt die sicher am besten. Großwaterfanger nicht für eine Mahlzeit für zwei, obwohl noch was anderes anbeißt als ein Weißfisch. Und was fangst du am meisten? Ja, nein, letztens habe ich wieder zwei Nasen gefangen am Sonntag. Zwei Rußnasen, wird dann der Papa gleich gegrillt. Rußnasen, die kenne ich gar nicht. Du weißt bloß normale Nasen halt. Ja, ich sage es auch Nasen dazu. Wir sagen mal Rußnasen, weil die hat ja ganz schwarze Nasen. Ja, rußt sich halt Rußnasen dann. Und dazu feiern auch ab und zu? Ja, ein wenig, gell. Ja, beim Karstenbier. Ja, da haben wir schon mehr Leute. Ach, dann neue Leute. Wir tun ein wenig Fisch noch. Zettel im Sommer, wenn's schön ist. Wenn wir Zeit haben. Wenn wir nichts fangen, tun wir Würstchen greifen. Ja, genau. Wir werden vorsichtshalbär mehr dabei. Ja, ein schöner Platz, ein bisschen Treibholz, ein Fisch. Und das Glück ist perfekt.